Was macht es mit uns Menschen, wenn Rituale und Beisammensein einfach so wegfallen? Stehen Rituale überhaupt noch für etwas oder mache ich sie nur aus Gewohnheit mit? Mit diesen Gedanken im Herzen habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt, bin tief eingetaucht, habe viel recherchiert, ließ mich inspirieren und habe vieles ausprobiert. Die in Hexenzauber, Göttinnen und Weiße Magie enthaltenen Rituale haben mein Jahr reicher gemacht. Sie haben mir Kraft und Mut und Zuversicht geschenkt und genau diese Energie, die euch anhand dieses Buches durch das Jahr tragen und für Erfüllung auf allen Ebenen sorgen wird, möchte ich nun mit euch teilen. Es werden Wunder geschehen. Probiert es einfach aus und nehmt euch die Zeit für euch selbst.